neues video neuer test und zwar gibt es heute die vulkan mandarin cracker 500 schuss im test ihr seht hier wunderbare location schnee location richtig richtig geil und ich schieße nicht ein ich schieße zwei stück gleichzeitig das gibt jetzt das ketten gemetzel schlechthin mega genial also es gibt jetzt gleich riesen riesen spaß mit diesen zwei schönen ketten so Vielen Dank. Ist das ein Spaß. Richtig mega. Und ihr wisst ja, wie ich Knellketten liebe. Einfach krass. Ultra heftig. Mega die Teile.